Rein in die Reaction von Ich hab gar nix gemacht Schönen guten Tag meine Damen und Herren Zum heutigen Flug von Busterhude nach Malta Ja, die Casinos haben auf Ich hoffe sie haben genug Bargeld dabei Und ich wünsche ihnen einen schönen guten Tag Und einen guten Flug Ihr Kapitän Mr. Long Dong Schwanz Oh Junge, 8.40 Uhr Ich hab Herr White versucht zu erreichen Aber der B*** hat nicht zurückgeantwortet Das B-Wort gehört ja nicht her Wir benutzen offiziell Welchen Kanal hast du ihm gesteht? Das ein Glück ist das andere Leid Ich bin 50 Mal gestorben Ich bin dauer tot Die ganze Zeit immer Ich bin 50 Mal gestorben Ich bin dauer tot Ich bin dauer tot Was ist ein Jeet? Jeet Hat letztes Mal nämlich richtig viel Bock gemacht Moment Eine Katze Hey Lain, meine Katze ist heute Morgen gestorben Meine Katze ist da gekommen Oh, what the fuck Ich werde Deutschland repräsentieren Okay, Likverina Ey, will er mich verarschen? Armanya Eine wunderschöne Gespräche, Deutschland Deutschland Die war so widerlich, die Cola Ich weiß noch ganz genau, die hat so widerlich geschmeckt Schmeckt gut What the fuck? Was ist das für ein cooler Affe? Spirits in my head and they won't go Diesen Affen, ich sag euch ehrlich, den hätte ich ganz gerne bei Rust RP mal ein bisschen Einfach den Affen ein bisschen auf Rust auf die Map raufbringen Der würde ein bisschen die Stimmung glaube ich lockern Aber warte mal War das, ist das mit den Farben editiert? Oder war das wirklich bei Monte? Damit die Leute mal wissen, wie das ist, ja? Schulleiter Schneeballschlachten sind strengsten verbunden die ganze Schule Oh, Chat Kennt ihr das, wenn der Schnee nicht richtig weich ist, sondern eher richtig hart? Wenn der schon richtig so kristallmäßig ist und du formst damit so einen Schneeball und wirfst jemanden damit das ins Gesicht Boah, es tut so weh Mr. Krabs, mach mal Gehaltserhöhung, du geiziger Hund Was für Gehaltserhöhung, 2 Euro reichen die monatlich? Digga, meinst du das gerade ernst? Warte ab, was ich nun zu dir machen werde Ich, wenn ich aus dem Unterricht geschmissen werde und wieder rein darf Moing, moing Moing, moing, moing Salam aleikum, meine Freunde Lang nicht mehr gesehen, lang nicht mehr gehört Ich bin, glaube ich, etwas aus der Übung Alten, wie kommt man als Mädchen an dich ran, wenn du nur ein Junge wirst? Hä? Ah, ah, ah Sie ergeht mir bestimmt fremd Verliehen gerade in Futschappen Oh mein Gott, weg, weg den Schmutz, Alter Ah, der hatte sich noch ein Junge Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, oh mein Gott Querdenker Demos, Portrait bei GTA Roleplay Ah, three So die Herren Die Versammlung ist illegal und hiermit aufgelöst Treten Sie alle zur Seite Sehr gut, Reapers, sehr gut, Reapers Sehr gut, Reapers, sehr gut Mein Papa ist, als ich elf oder zwölf war, an ALS erkrankt Also ich weiß nicht, ob das jemand sagt Holy shit Der Bruder muss aber ganz direkt los, holy shit Fuckin' saved Ui! Ah, ich weiß. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Was mach ich denn? Ich schreibweise! Ich bin so dumm, Digga. Nein, nein, nein. Zum Glück Streamer geworden, ne? Das ist zu langsam. So fährt... Was ist los bei dir? Hm, das ist doch scheiße. Es gibt zwei Optionen. Jo, zwei Optionen! Ein cleaner Schnitt durch den Hals. Dann hab ich noch ein bisschen Fleisch. Okay, hat das denn keinen Bock drauf? Dann geb ich dir einfach einen Kürbis und du rennst mal wieder richtig. Hm. Leute, ein wahrer Schalke-Fan fährt doch 300 km von Gölsekirchen nach Frankfurt in Deutsche Bankpark, nur um sein Team auf zwei Quadratmeter des Feldes durch einen Zaunschwald anzuschauen. Auf geht's, Schalke! Kämpfen und wiegen! Boah, scheiße, Alter. Tor für Frankfurt, so ne Scheiße! Der war sauer. Der war echt sauer. Eure Tracks gibt, gibt, gibt. Alles, was ich schreib, wird der nächste Hit, Hit. Hab am Haus dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauch, ist der Bayerisch-Trip-Trip. Ich habe nicht nur noch dich, die wir auf dem Jazzy-Trip-Trip. In der Tür-Trip-Trip. Auch hier noch mehr. Hier oben habe ich dir den ganzen Tag ein paar Mal. Ich habe mich gemacht, beim Ausdruck.